Hallo, mein Name ist Klaus Doldinger und ich habe die erfreuliche Mitteilung, dass wir dieses Jahr am 8. Juli wieder in Berlin-Köpenick spielen werden, und zwar in der Stadtkirche St. Laurentius auf der Altstadtinsel von Berlin-Köpenick. Und ich freue mich sehr darauf, weil wir in den vielen Jahren so viele Leute erreicht haben und ich glaube, dass dieses Jahr dann wieder einige in unser Konzert kommen werden. Alles Gute, ich freue mich auf das Wiedersehen, euer Klaus Doldinger.